okay nicht mit mir nicht dieses mal da es ist der fürchterlich und okay die du hast diese verdammten Pena zerfetzen mehr ganze deckung die man nutzt das Rohr. So, Laser und Licht aus. Was? Laser und Licht? Kombiniert. Okay. Scheinbar wollen die von uns als wir diese Heckenpenner flankieren. Kein Problem. Okay. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Ja, knall. Acht da. Okay, zum Mauer. Huh. Yo. No. Echt der schwere Skyless Teil. Okay. Okay. Ich bin nicht taub. Und ich soll hier... Äh! Ein Sniper! Seid doch ruhig! Okay. Das gefällt mir gar nicht, dass... Ja. Ja. Gut, das macht Sinn. Ja. Etwas anderes wäre hier unsinnig. Ich... Ähm... 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 Sind die eigentlich ein bisschen bekloppt? Und... Woher soll ich bitteschön wissen, dass die Penner zu meinem Team gehören? Dass... Dass die anderen sind? Ich bin doch kein Hellseher. Ich bin doch kein Hellseher. Ich bin doch kein Hellseher. Und berichtet sobald es dort ist. Oh, cooles Messer! Ja, ja, ja! Ah! Das macht Sinn! Von dem haben wir das Sniper. Sniper. Okay, Scheibe weg. Bleibt unten! Der Penner... Da... Da... Sniper! Ja, irgendwie... klar, dass sie auf dem Dach sind und nicht auf dem Boden. Sniper auf dem Boden. Sniper auf den Boden machen. Relativ wenig Sinn. Okay. Das schwere Geschütz auspacken. Wow, die knallen hier voll durch. Egal, stürmen wir die Kacke. Yeah. Okay. Oh fuck. Wer trifft mich denn? Ach. Dieser Penner. Da. Granate. Granate. Oh mein Gott. Ach das. Abgedacht. Seine Granate. Angeflogen gekommen. Close quarters. Charles. Sie sind die Perimeter. Rückzug. Sicher den Tresorraum. Ähm, ja, dann sichert einen Kack-Tresorraum von mir aus. Okay. Kirill kommt mit mir. Ähm. Hallo, hat der, äh, hat er, äh, also schon tot war noch einen draufge- schossen. Weh. Es gab kein Checkpoint. Dann sag ich auch. Ja gut. Ja gut. Nochmal ganz von hier. Ach, ich kann die Wichser auch flankieren. Nein. Heute. Diesmal ein bisschen einfacher. will noch wer wer will noch wer hat noch nicht so was gefällt mir besser der andere hat ein besseres wie sie ja 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 ich weiss kommt er da unten zurecht braucht er mal ne das starrer Ja, macht Sinn. Huch, sorry! Ich bin gegen das Mikrofon geklatscht. Okay. Hat noch wer Fragen? Muss ich noch irgendwen was beantworten? What the fuck? Bleib hier, du! Heckepenner! Wow. Gibt hier auch eins. Okay. Okay. Bungalow. Mungle. Kommt, kommt. Okay. Ach, ich muss aufmachen. Oder muss ich hoch? Ich weiss. Ja, scheint so. Penner! Ja. Wow. Fuck. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das freut mich nicht zu hören. Nein! Penis. Komm raus. Okay. Das war's. Okay. Go! Oh. Die F2000. Die F2000. Als Erstwaffe. Mit der... Oder... Ja. Ich werde sowieso eher mit der F2000 unterwegs sein. Weil ich so... Fuck. What the help? Ja, ich glaube, da kann ich das... Okay. Reiten wir nicht alle durchs Schussfeld. Was war da nicht, Pepe? Ach. Nö. Ach. Nö. Ach. Nö. Kacke. Ich hasse es, weil man einfach keine gute Deckung hat. Sondern sich den Pfeiler noch mit einem Teamkameraden teilt. Und wenn man die Pfeilen muss. Ausgerechnet den Pfeiler. Nö. Ist das denn so schwer? Die möchte ich. Und als Zweitwaffe... Hätte ich noch gerne diese. Nicht. Okay. Nun hat sie Muni. Die hat auch Muni. Dann habe ich mich... Auf Muni zionieren. Zum Glück, Mann. Gibt's ein Pumpgun. Zum Glück, Mann. Gibt's ein Pumpgun. Warte. Okay. Zielt auf die... Lampen. Da wo ein Licht drin ist, ist auch ein Gegner. Meistens. Allermeistens. b Warte. Dann Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht mit. Vielen Dank.